Ich bin Eckhard Grundmann, Ihr neuer Bürgermeister für Lüdinghausen und Seppenrade. Ich mache seit 30 Jahren Kommunalpolitik im Rat der Stadt, die ich liebe. Und ich möchte mit Ihnen gemeinsam Lüdinghausen und Seppenrade nach vorn bringen. Klimaschutz ist mir eine Herzensangelegenheit. Aber die Zeit des Redens ist vorbei. Wir müssen jetzt handeln. Wir alle wissen, bei uns fehlt bezahlbarer Wohnraum. Das werde ich ändern. Unsere Stadt soll attraktiver für alle Generationen sein. Damit Lüdinghausen zukunftssicher wird, werde ich die Digitalisierung vorantreiben. Corona hat gezeigt, unsere Schulen brauchen dringend WLAN und Tablets. Ich werde die Verwaltung modernisieren, damit die Kommunikation, etwa über Apps, bürgerfreundlicher wird. Eine lebendige Kommune lebt von Ihren Ideen und Anregungen. Ich verspreche Ihnen, als Bürgermeister werde ich immer ein offenes Ohr für Ihre Anliegen haben. Ich freue mich auf Ihre Stimme am 13. September. Von hier, mit euch, für Lüdinghausen. Bis zum nächsten Mal. ittees Untertitelung des ZDF, 2020